Im Jahre 1978 hat ein Amerikaner namens Michael Hart ein Buch veröffentlicht über die 100 einflussreichsten Menschen in der Geschichte. Und er hat sich mit dem Leben von zahlreichen Personen auseinandergesetzt. Und er ist am Ende zu dem Entschluss gekommen, an die Spitze seiner Liste den Prophet Mohammed zu setzen. Und er wusste, dass das viel Kritik hervorrufen würde. Und er fühlte sich deswegen gezwungen, eine Einleitung zu schreiben und sich dafür quasi zu rechtfertigen. Und er erwähnt viele Details aus dem Prophet Mohammed. Und er begründet dieses abschließend damit, dass Mohammed die einzige Person war, der es gelungen war, nicht nur ein weltliches Reich zu gründen, sondern auch ein spirituelles. Er war auf zwei grundsätzlich unterschiedlichen Ebenen erfolgreich. Einmal auf der säkularen Ebene, auf der politischen Ebene würde man heute sagen, und auf religiöser Ebene. Und das war einmalig in der Geschichte der Menschheit. Le Mertin, ein französischer Autor, hat 1854 ein Buch geschrieben, Histoire de la Turquie. Und er schreibt über den Propheten, Wer könnte es wagen, irgendeinen großen Mann in der modernen Geschichte mit Mohammed zu vergleichen? Die meisten berühmten Männer schufen Waffen, Gesetzen oder Reiche. Sie gründeten, wenn überhaupt, nichts mehr als materielle Macht, die meistens vor ihren Augen zerfiel. Dieser Mann dagegen erschütterte nicht nur Armeen, Gesetzgebungen und Reiche, Völker und Dynastien, sondern Millionen Menschen in einem Drittel der damals bewohnten Welt. Und mehr als das, er erschütterte die Altäre, die Götter, die Religionen, die Vorstellungen, Glauben und Seelen. Und er schreibt weiter, Ein Philosoph, Redner, Vorkämpfer, Gesetzgeber, Krieger, Bezwinger von Ideen, Wiederhersteller von rationalen Dokumenten und einer Verehrung ohne Bildnisse. Der Gründer von 20 weltlichen Reichen und einem Geistigen. Das ist Mohammed. Andy Besant, eine englische Autorin, schreibt in einem Buch 1932, Andy Besant in The Life and Teachings of Mohammed. All diese Autoren waren keine Muslime. Sonst würde es auch einen nicht überraschen, so etwas von ihnen zu lesen. Fragt man heute viele Menschen, was sie von dieser Person Mohammed halten, dann hört man in der Regel zwei verschiedene Antworten. Entweder muss er ein Betrüger gewesen sein, der 23 Jahre lang sein Volk über den Tisch gezogen hat, oder er war ein Verrückter, der 23 Jahre lang halluziniert hat. Es ist die Frage, wie Menschen zu solch unterschiedlichen Einschätzungen einer Person kommen. Michael Hart, Lamartine, Andy Besant auf der einen Seite und viele andere Menschen auf der anderen Seite. Ich denke, der Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen liegt darin, dass Michael Hart, Lamartine und Andy Besant sich wirklich mit dem Leben des Propheten beschäftigt haben. Der Prophet hat als einfacher Schafhärte gearbeitet und wurde später Händler. Im Alter von 25 Jahren hat er seinen, man könnte sagen, damaligen Arbeitgeber geheiratet. Es war eine wohlhabende Frau, für die er Geschäfte erledigt hat und er hat sie mit 25 Jahren geheiratet, wo sie 40 Jahre alt war. Als er selber fähzig geworden ist, kam er mit einer Botschaft zu seinem Volk. Und diese Botschaft erhielt eine Fülle von Informationen. Sie enthielt ein komplettes Staatsrecht. So etwas wie eine Verfassung, eine politische Ordnung. Ein Gesetzbuch, ein bürgerliches Gesetzbuch. Ein Handelsrecht. Es enthält Anweisungen für das Benehmen der Menschen untereinander, für das Miteinander der Menschen, für das spirituelle Bewusstsein, für die Verbindung zwischen Seele und ihrem Schöpfer. Informationen aus den unterschiedlichsten Gebieten. Alle vereint in einem Buch. Und das, obwohl er selber weder lesen noch schreiben konnte. Die Frage ist jetzt, woher hatte er diese Informationen? Woher kam dieses Wissen überhaupt zu ihm? Wie kommt jemand, der sich nie mit diesen Dingen auseinandergesetzt hat, der nie lesen oder schreiben konnte? Plötzlich mit einem Buch, das die Grundlage war für ein Weltreich, das 1300 Jahre Bestand hatte. Und immerhin von Spanien bis Indonesien und vom Kaukasus bis Südafrika ging. Er selber hatte dafür eine ganz einfache Erklärung. Er sagte, diese Informationen stammen von Gott. Und dass er derjenige ist, der ihm dies offenbart hat. Das kann natürlich erstmal jeder behaupten. Und das ist richtig. Das ist zunächst einmal nur eine Behauptung. Wie kann man aber herausfinden, ob das eine richtige Behauptung sein könnte, ob er die Wahrheit gesagt hat? Wie würde man das bei einem Gericht machen? Wenn ein Mensch vor Gericht steht und eine Aussage macht, wie würde man das beurteilen? Ich denke, im Wesentlichen würde man dazu drei Kriterien benutzen. Zum einen war das ein glaubwürdiger Mensch. Wenn er sowieso unglaubwürdig ist, brauche ich mir das nicht lange anhören. Hatte er vielleicht ein Motiv zu lügen? Hätte er irgendeinen Begrund, was ihn dazu veranlassen könnte? Geld oder was auch immer? Und natürlich zu guter Letzt ist das, was er behauptet, überhaupt möglich. Selbst der glaubwürdigste Mensch, wenn er kommen würde und behauptet, er würde auf dem Mond Delfine züchten, dann würde man das nicht glauben. Okay, fangen wir hintenrum an. Der Prophet Mohammed sagte, er wäre ein Gesandter Gottes und er bekommt Offenbarung. Ist das unmöglich? Es wäre nur dann vor einem Menschen unmöglich, wenn er sagen würde, es gibt überhaupt keinen Gott. Und das müsste erst mal bewiesen werden. Und allein die Tatsache, dass einem diese Vorstellung nicht gefällt, ist kein Beweis gegen einen Gott. Und wenn man das nicht beweisen kann, dass es keinen Gott gibt, dann spricht doch zunächst einmal nichts dagegen. Es wäre sogar eher umgekehrt. Die Tatsache, dass jemand kommt und behauptet, er wäre von Gott geschickt, ist er ein Hinweis darauf, dass Gott überhaupt existiert. So würde man auch im normalen Leben vorgehen. Vor ein paar Jahren hat sich mein Sohn mal so eine Weltkarte geholt. Mit allen Ländern auf dieser Welt. Und ich habe mir die mal angeschaut und es gab tatsächlich einige Länder, von denen ich noch nie etwas gehört habe. Irgendwo da in Südostasien, so ein paar kleine Inseln. Das waren komplette Staaten und Ländernamen, die mir völlig unbekannt waren. Wenn ich mir vorstelle, vor 10 oder 15 Jahren, hätte ich eine Person getroffen und diese Person hätte sich vorgestellt, als Botschafter, als Gesandter, von einem dieser Länder, die ich überhaupt nicht kannte. dann wäre das für mich erst einmal ein Hinweis gewesen, dass so ein Land existiert. Ich hätte nicht von vornherein gesagt, ach, das stimmt nicht, kenne ich nicht oder kann doch nicht sein. Es ist umgekehrt so. Wenn jemand sich als Gesandt von jemandem vorstellt, dann ist das eigentlich erst mal ein Hinweis darauf, dass derjenige, der ihn geschickt hat, auch tatsächlich existiert. Vor ein paar Tagen hat sich jemand bei mir vor der Tür vorgestellt, das war ein Vertreter einer Stromfirma. Jetzt kannte ich die Firma schon, aber gehen wir davon aus, ich kannte sie nicht. In dem Moment, wo diese Person bei mir vor der Tür stand, wäre ich davon ausgegangen, dass es so eine Firma gibt. Es wäre also zunächst einmal logischer anzunehmen, dass wenn jemand kommt und behauptet, er ist ein Gesandter Gottes, dass es erst einmal zumindest ein Hinweis ist, dass es tatsächlich einen Gott gibt, der Leute zu den Menschen schickt. Betrachten wir seine Person. War er glaubwürdig? Diese Frage kann man am besten von seinen Zeitgenossen beantworten lassen. Die Menschen damals haben ihm den Titel Al-Amin gegeben. Und Al-Amin bedeutet auf Deutsch so etwas wie der Vertrauenswürdige. Und es war nicht so, dass zur damaligen Zeit alle anderen Menschen nicht vertrauenswürdig waren. Es gab viele davon. Aber man hat ihm diesen Titel gegeben, weil er besonders dadurch ausgezeichnet wurde. Weil man damals gesagt hat, wenn es hier in dieser Stadt, in diesem Land, eine Person gibt, die wirklich vertrauenswürdig ist, dann ist das Mohammed. Es gab einige andere, die waren auch vertrauenswürdig, aber er war besonders. Er war der Letzte, von dem man sich einen Vertrauensbruch hätte vorstellen können. Darum nannte man ihn Al-Amin. Damals war das so, dass wenn Leute verreisten, dass sie ihre Wertgegenstände bei jemandem zur Aufbewahrung gaben. Und der Prophet Mohammed war bekannt dafür. Man hat das bei ihm gerne gemacht, weil man wusste, wenn man ihm etwas gibt, man bekommt das wieder zurück. Selbst als es zu einem offensichtigen Konflikt zwischen ihm und seinen Mitbürgern kam, selbst zu dem Zeitpunkt haben Leute ihm immer noch etwas angetraut, auch wenn es seine Gegner waren. Der Grund dafür war, weil sie wussten, dass Mohammed das niemals veruntrauen würde. Selbst wenn er unser Gegner ist, wenn wir ihm etwas anvertrauen, er wird das niemals verunträumen. Er würde niemals Unrecht mit Unrecht vergelten. Das war sein Charakter. Er hat sich aus Wertgegenständen oder solchen Dingen auch überhaupt nichts gemacht. Er ist am Ende bettelarm gestorben. Und er war bekannt dafür, dass er, wenn er etwas besaß, es so schnell wie möglich unter den Leuten verteilte. Man sagte damals über ihn, er hat gespendet, gespendet wie der Wirbelwind. Er war so schnell dabei. Wenn er etwas hatte, er hat gesehen, dass er das unter die Leute brachte. Er hat einmal seiner Frau etwas gegeben, einen kleinen Betrag, den sie spenden sollte. Und als er später kam und hat gesehen, dass sie das noch nicht gespendet hatte, war er schockiert. Er sagte zu seiner Frau, was denkst du, wenn ein Prophet damit am Tag der Auferstehung erwischt wird? Er hat sich aus diesen Dingen nichts gemacht. Wenn jemand zu ihm hinkam, er hat ihm gegeben. Wenn er das hatte, das war überhaupt gar kein Problem. Einmal kam einer seiner Gefährten bei ihm rein und er hat gesehen, wie er lebt. Der hatte so eine einfache Matratze auf dem Boden. Matratze ist zu viel gesagt, das war so etwas aus Palmblättern zusammengesteckt, irgendwie so eine Art Palmenmatratze. Und wenn er sich draufgelegt hat, hat man die Abdrücke hier gesehen. Und an der Wand hing so ein Köcher mit Pfeilen drin und irgendwo noch so ein Wasserschlauch. Und das war alles. Und er kommt rein und fängt an zu weinen. Das war der Führer einer Nation. Und er sagt zu ihm, hast du gesehen, wie die Herrscher von Rom und Persien leben? Die hatten Schlösser und Paläste und was weiß ich nicht alles. Aber er hat ihm geantwortet, das ist für die Leute in dieser Welt. Wir bekommen das später. Das war nicht sein Ziel. Er ist dem nicht hinterhergelaufen. Man sagte damals über ihn, wenn man ihn um einen Gefallen gebeten hat, dann war er immer bereit, das zu tun. Man hat ihn beschrieben als jemand, wenn ein kleines Mädchen kam, das konnte ihn an die Hand nehmen und quer durch die ganze Stadt ziehen, um für ihn irgendeine Sache zu erledigen. Einmal kam selbst eine verrückte Frau zu ihm. Die war nicht bei Sinnen. Und sie hatte irgendein Anliegen und er ist einfach mitgegangen und hat das für sie erledigt. Selbst wenn man ihn auf grobe Art und Weise um etwas gebeten hat, dann hat er einem gegeben. Selbst wenn man ihn beleidigt hat, er hat das niemals erwidert. Einmal kam ein Beduine zu ihm, packte ihn von hinten an dem Kragen, reiste ihn herum und sagte, Mohammed, gib mir was von dem, was dir gegeben wurde. Und er hat das so rau gemacht, dass die Abdrücke von seinem Kragen sich hier an dem Hals abgebildet haben. Er drehte sich um und lächelte und der Beduin hatte etwas bekommen. Als er nach Medina ausgewandert wurde, nachdem die Muslime 13 Jahre verfolgt wurden in Mekka, haben sie am Anfang zum Aufbau einer Gemeinschaft sich Geld geliehen. Und nach einigen Tagen kam einer dieser Personen, von denen sie sich etwas geliehen hatten, kam zum Propheten Mohammed. Und das war noch vor der Frist. Also das Geld war noch gar nicht fällig. Er geht zum Himmel, er sitzt mit seinen Leuten, packt ihn am Kragen und sagt, Mohammed, wo ist mein Geld? Ich kenne euch, ihr verzögert immer eure Rückzahlung von Schulden. Und einer seiner Gefährten, einer der Gefährten des Propheten Mohammed, er stand auf und wollte ihn töten. Er hat gesagt, wie kann das sein, wie geht er mit dem Propheten um? Aber Mohammed sagt zu ihm, lass ihn. Geh mit ihm, gib ihm sein Geld und gib ihm noch etwas dazu, weil du ihm Angst eingejagt hast. Er geht mit und gibt dieser Person das Geld zurück und noch etwas dazu. Und diese Person fragt, was ist das hier, wieso habt ihr mir noch mehr gegeben? Und er antwortet ihm, das hat der Prophet mir gesagt. Das ist das, was dir zusteht und noch etwas mehr, weil ich die Angst eingejagt habe als Ausgleich. Und dann sagte derjenige, weißt du, wer ich bin? Mein Name war Seid ebn Sakna. Und der andere fragt, der jüdische Rabbi? Er sagte, ja. Warum hast du den Propheten so behandelt? Er sagte zu ihm, ich habe bei ihm alle Anzeichen eines Propheten gesehen, bis auf zwei. Seine Geduld überwiegt seinen Zorn, und je unverschämter man ihm gegenüber ist, desto freundlicher wird er. Aus diesem Grund habe ich ihn so behandelt und ich habe festgestellt, dass er ein Prophet ist. Und er hat den Islam angenommen. Und seinen Charakter sieht man als die Muslime die Stadt Mekka zurückerobert haben. Sie waren dort 13 Jahre lang und die haben nichts angestellt, außer ihre Religion zu predigen. Und sie wurden von den Leuten in Mekka auf das Übelste behandelt. Das fing an mit einer einfachen Verleumdung und das ging hin bis Folter und Tod. Und alles, was man sich dazwischen vorstellen konnte. 13 Jahre lang. Und sie haben das nie erwidert. Sie haben es einfach so ertragen. Wenn man diese 13 Jahre betrachtet, dann gibt es keine Zweifel daran, wer wen angegriffen hat. Das war eine ganz eindeutige Sache. Es kam allein von einer Seite. Die Muslime haben sich nie gewehrt. Nach 13 Jahren sind sie geflohen, weil sie es nicht nicht mehr aushalten konnten. 10 Jahre später kehren sie siegreich zurück. Was würde wo eine Armee in der heutigen Zeit machen? Ein Land, eine Nation, was 13 Jahre lang auf das Übelste unterdrückt wurde und kommt nach 10 Jahren siegreich zurück. Was machen die? Rauben, Morden, Plündern. Das ist die Realität. Aber was machte der Prophet Mohammed? Er kommt zurück in seine Heimatstadt und er fragt die Leute, was erwartet ihr, was ich jetzt mit euch mache? Aber die Leute kannten ihn. Sie wussten, er vergilt nicht Unrecht mit Unrecht. Und sie haben selbst danach gesagt, nur das Beste. Und er sagte zu ihnen, euch ist vergeben, euch soll kein Leid geschehen. Und damit war die Sache erledigt. Und innerhalb von kurzer Zeit konvertierte die ganze Stadt zum Islam. Betrachtet man diesen Charakter von diesem Menschen, ich glaube, wenn es jemanden gab, der glaubwürdig war, dann war es der Prophet Mohammed. Hätte man einen solchen Menschen heute in seiner Nachbarschaft wohnen, das wäre der beliebteste Mensch überhaupt. Und würde man einen solchen Menschen in der Presse verleumden und schlecht über ihn reden, dann wären es nicht seine eigenen Anhänger, die ihn verteidigen würden. Das wären die Nachbarn, die ihn kennen. Völlig unabhängig von ihrer Religion. Kommen wir zu seinem Motiv. Hätte er ein Motiv haben können, überhaupt so etwas wie einen Betrug zu inszenieren? Er kam mit einer Botschaft, mit einem Buch, das all diese Informationen enthält. Und es ist immer noch die Frage, woher das stammt. Gehen wir davon aus, es stammt nicht so, wie er sagte, von Gott selber, als eine Offenbarung. Dann gibt es noch die Alternative, er hat sich mit den Leuten damals zusammengesetzt. Er hat einige wissenschaftliche Dinge von den Griechen erfahren, vielleicht auch etwas über die Staatskunst, über Kriegskunst, über andere Dinge. Er hat sich halt mit verschiedenen Leuten zusammengesetzt, um diesen ganzen Betrug zu inszenieren. Das ist die Alternativtheorie. Denn irgendwoher müssen ja diese ganzen Informationen kommen. Okay, sagen wir, er war ein Betrüger. Welches Ziel hat er dann mit diesem Betrug verfolgt? Er hat ein gutes Leben geführt. Er hatte eine wohlhabende Frau und einen guten Job. Das war in der Zeit, bevor er Prophet war. In dem Moment, wo er anfing, seine Botschaft zu verkünden, hat sich das alles geändert. Er ist am Ende bettelarm gestorben. Er war beliebt bei seinem Volk. Er war ein gern gesehener Gast. Als er mit seiner Botschaft kam, hat sich das radikal geändert. Die Leute haben ihn gehasst und versucht, ihn zu töten. Welches Motiv hätte er also haben können? Ein Betrüger verfolgt immer irgendein Ziel. In der Regel ist das Geld oder vielleicht die Macht zu erlangen oder was auch immer. Aber es muss ja ein Motiv dahinter stecken. Und noch dazu haben die Menschen ihm allein, damit er aufhört, alles angeboten, was man sich vorstellen kann. Nach einigen Jahren, als sie gesehen haben, dass diese Botschaft sich verbreitet, kamen seine Gegner zu ihm und haben ihm gesagt, hör mal zu. Was soll das alles? Warum machst du das? Welches Ziel verfolgst du? Willst du Geld damit haben? Okay, wir machen dich zum Reichsten. Wir sammeln Geld und du bist der Reichste von uns. Willst du die Macht haben? Wir machen dich zum König. Und er war beliebter seinem Volk. Also man hätte ihn gerne als König gehabt. Man hatte keinen Zweifel an seinem Rechtsbewusstsein. Willst du eine Frau damit erobern? Sag uns einfach, welche. Wir wählen die passende Frau. Geben sie dir. Ist alles kein Problem. Nur hör auf, damit diese Botschaft zu verkünden. Ein Betrüger hätte erst mal sofort diese Gelegenheit genutzt. Und jetzt hat er sein Volk da, wo er sie haben will. Er sucht irgendein weltliches Ziel. Er sucht irgendwie Geld, Macht oder was auch immer. Und jetzt sind sie bereit, ihm alles zu geben. Okay, setzen wir uns an einen Tisch und verhandeln. Ich möchte das und das und das und das haben. Dann höre ich auf. Und er hätte ja nichts weiter machen müssen. Er hätte sich all das ganze Leben sparen können. All das, was nachher passiert ist. All dieses, das Unrecht, was er ertragen musste. Die Kriege, die gegen ihn geführt wurden. Das hätte er sich alles sparen können. Was war seine Antwort? Er hat ihn ausrichten lassen, selbst wenn sie mir die Sonne in meine rechte Hand und den Mond in meine linke Hand geben, höre ich nicht damit auf, diese Botschaft zu verkünden. Ein Betrüger antwortet so nicht. Was könnte ein Motiv sonst noch sein für seinen Betrug? Die Gesellschaft zu verbessern? Durch eine Lüge? Und vor allen Dingen auf diese verrückte Art und Weise? Wenn er wirklich einfach nur eine Weltverbesserungsbewegung in Gang hätte setzen wollen, es hätte viel einfachere Möglichkeiten dafür gegeben. Er hätte beispielsweise an den arabischen Nationalismus plädieren können. Er stammte aus einem hochgeachteten Stamm, aus einer großen Familie. Und man hätte ihm gefolgt. Wenn er in das Herz und die Seele der Araber plädiert hätte, die Leute wären ihm gefolgt. Und das ist in der Zeit danach oft passiert, aber er hat diesen Weg nicht gewählt. Er hätte einen Klassenkampf inszenieren können. Es gab damals eine klassische Zweiklassengesellschaft, Reich und Arm. Und er hätte sich mit den Armen verbinden können und einen Aufstand gegen die Reichen inszenieren. Auch das wäre eine Möglichkeit gewesen, wie das später die Kommunisten gemacht haben. Und er hätte auch diesen Weg nicht gewählt. Er hätte an die Moral der Menschen appellieren können. Damals war die Moral am Boden. Wein, Glücksspiel, Frauenmissbrauch und etc. Alles, was man sich vorstellen kann. Und auch das hätte als eine Art Weltverbesserungsbewegung getaugt. Er hätte das Unrecht kritisieren können. Damals gab es himmelschreiendes Unrecht in der Gesellschaft. Und auch das wäre einfach gewesen. Und das wären alles Dinge, wo es leicht für ihn gewesen wäre, eine Bewegung zu inszenieren, um damals etwas in der Gesellschaft zu bewirken. Und das sind auch alles Dinge, die im Nachhinein passiert sind, in anderen Ländern, in anderen Gesellschaften. Auch selbst in diesem Land. Aber all diese einfachen Wege hat er nicht gewählt. Er hat einen Weg gewählt, der eigentlich, auf die Idee würde nie ein Mensch kommen. Es ist leicht für einen Menschen, sich in die Gesellschaft, hier in die Mitte der Stadt zu stellen und ich sage mal, gegen einen Krieg zu protestieren. Oder gegen ein bestimmtes Unrecht. Oder für eine Umweltschutzorganisation zu werben. Oder für sonst irgendeine moralische Angelegenheit. Das ist alles leicht. Aber würde es einem Menschen leicht fallen, sich irgendwo hinzustellen und den Leuten zu verklickern, er wäre ein gesamter Gottes, der Botschaften von einem Engel bekommt? Wer kommt auf so eine Idee? Bleibt noch die Alternative. Er könnte ein Verrückter gewesen sein. Er könnte sich das alles eingebildet haben. Und das bevorzugen tatsächlich einige als nähere Theorie, als bessere Erklärung. Denn sein Charakter passt nicht zu einem Betrüger. Wenn man sein Leben betrachtet, kommt man niemals auf die Idee, er hätte jemanden betrügen können. Dann könnte er sich das immer noch eingebildet haben. Er hat halluziniert. Es kam irgendein Engel und er hatte Visionen davon und das hat er verkündet. Aber kann man sich vorstellen, dass jemand eine Botschaft bringt, die Grundlage ist für einen Staat, der 1300 Jahre Bestand hat. Und das alles gründet sich einfach nur auf Einbildung? Weil irgendjemand halluziniert hat? Macht das einen Sinn? Und noch dazu muss man ja erklären, woher all diese Informationen kommen. Was er gebracht hat, das hatte Bestand. Man hat einen Staat darauf aufgebaut. Er hat viele geschichtliche Informationen in seiner Botschaft erhalten. Vieles von dem, was er sagte, macht Sinn. Woher kam das? Auf der einen Seite haben wir die Erklärung, er hat sich mit den Griechen oder mit den Ägyptern oder mit den Römern oder mit wem auch immer zusammengesetzt. Auf der anderen Seite war ein Verrückter. Das passt beides nicht zusammen. Ein Verrückter der hätte sich nicht mit anderen Leuten abgesprochen. Der ist die Überzeugung, er bekommt das alles schon. Man müsste das beides irgendwie versuchen zu kombinieren. Man hat auf der einen Seite die ganzen Informationen, die er sich vom Menschen geholt hat, auf der anderen Seite einen Verrückten. Das passt nicht zusammen. Es gab eine interessante Begebenheit, als er in Medina wohnte und als sein Sohn geboren war. Er hatte einen Sohn namens Ibrahim. Und der ist im Alter von sechs Monaten gestorben. Und am selben Tag passierte eine Sonnenfinsternis. Und die Leute sind schon auf die Straße gegangen und die haben gesagt, hey, guck mal, das ist ein Zeichen Gottes. Die Sonne verdunkelt sich, weil der Prophet traurig ist. Was hätte ein Verrückter gemacht? Er hätte dieses Zeichen selber für wahrgehalten. Der wäre rausgegangen, hätte gesagt, wow, das ist wirklich ein Zeichen Gottes, ich wurde bestätigt. Was hätte ein Betrüger gemacht? Ein Betrüger hätte diese Situation ausgenutzt. Die Leute waren schon auf der Straße und sie waren bereit, das als Zeichen göttlicher Fügung zu akzeptieren. Und was macht da der Prophet Mohammed? Er geht raus zu der Neuheit und sagt ihnen, Sonne und Mond haben nichts damit zu tun, ob ein Mensch geboren wird oder stirbt. Das wäre die Gelegenheit gewesen für einen Betrüger. Es wäre das Zeichen für einen Verrückten gewesen und er hat das von vornherein abgelehnt. Was ist jetzt die plausibelste Erklärung von allem? Wenn man das alles betrachtet. Das Einfachste ist, er hat die Wahrheit gesagt. Das ist die naheliegendste Erklärung. Wenn heute jemand kommen würde und würde behaupten, er ist ein Prophet, ein Gesandter Gottes, was würden die Leute von ihm verlangen? Wunder, Zeichen, irgendetwas in diese Richtung. Bring uns ein übernatürliches Phänomen. Und das haben auch die Leute damals gemacht. Und es ist aber nicht so, dass es daran gemangelt hat, dass er ein Prophet war, dem im Gegensatz zu anderen Propheten keine Zeichen gegeben wurde. Aber die meisten Wunder, die man von Propheten kennt, die sieht man heute nicht mehr. Und das ist der Unterschied zum Propheten Mohammed. Das größte Wunder von ihm, was der eigentliche Beweis für sein Prophetentum ist, das ist heute noch vor unserer Nase erhalten. Das ist nämlich der Koran. Und das ist einmal das ist das Die Oppeldunner